Heute für euch im Test die MineAttack von Vulkan und zwar sind das Feuertöpfe mit Quackling, zwei Stück enthalten. Preis kann ich euch nicht mehr sagen, aber werde ich mich informieren. Das sind die Effekte, wenn ihr das lesen wollt. Eine Ampel trägt 55 Gramm und da wünsche ich euch viel Spaß, bis gleich zur Zündung. Was war das? Nix, ich war nur überrascht. Und der zweite. Schöne kleine Goldfantäne. Okay, das war laut. Ja, so eine schlechte Dinger. Ich glaube aber, die waren nicht ganz günstig. Deswegen nochmal holen würdig sind wir nicht. Das war jetzt mal, zum Sehen war es was wert, aber ist jetzt nicht für immer, also nicht für öfters holen. Und damit hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.